Mit dem Print Media Center Commercial & Packaging betreibt die Heidelberger Druckmaschinen AG in Wiesloch-Walldorf das weltweit größte Vorführzentrum für den Akzidenz- und Verpackungsdruck. Auf insgesamt über 10.000 Quadratmetern erleben die Kunden zwei komplett eingerichtete Druckereien. Mit dem Anspruch More Than Machines werden nicht nur die neuesten Maschinen gezeigt, sondern auch alle Prozesse, Services und Verbrauchsmaterialien abgebildet, mit denen die Druckproduktion heute produktiver wird. Um optimale Klimabedingungen für die Maschinenvorführungen zu garantieren, sichert ein Drabe-Hochdruck-Düsensystem eine ideal konstante relative Luftfeuchte zwischen 50 und 55 Prozent. Randwelligkeit, Tellern oder elektrostatische Aufladungen des Papiers werden so zuverlässig verhindert und die Voraussetzungen für höchste Performance von Mensch und Maschine geschaffen. Gerade hier im Print Media Center, wo täglich die Leistungsfähigkeit von Heidelbergs Maschinen und Systemen bewiesen wird, damit Kunden die richtige Investitionsentscheidung treffen können, gerade hier ist es extrem wichtig, ein perfektes Umfeld zu haben. Luftbefeuchtung spielt für uns dabei eine Hauptrolle, sorgt sie doch dafür, dass wir hier Höchstleistungen abliefern können, sowohl was die Mannschaft betrifft, als auch die Maschinen.